Hallo und herzlich willkommen zum nächsten IDPL Spieltag. Heute geht es gegen Craycom und sein Team Fabulous Artists. Ja, genau, wir spielen heute gegen Craycom am 8. Spieltag, ist das genau. Und ja, nachdem wir letzte Woche von Belly komplett die Fresse poliert bekommen haben, möchte ich vielleicht doch diese Woche wieder in Sieg einfahren. Ähm, wie vielleicht ein paar mitbekommen haben, es ist wieder Kommentar da, yay, aber darum geht es nicht. Äh, Latias, ähm, es war letzte Woche ein Problem und heute stehen wir gegen den Mega Latias gegenüber, weil legit, also wenn das Ding Call, mein Roost, Surf plus Psychic hat, dann tötet das mein komplettes Team, ohne dass ich groß viel dagegen machen kann. Ich habe Ambi Diffel, aber Ambi Diffel macht jetzt so eine Mega Latias auch nicht den Damage. Naja, ähm, auf jeden Fall. Der Kampf ist jetzt schon eine Weile her, letzten Montag, um genau zu sein, aber mal gucken, was ich noch weiß. Gut, ähm, wir haben dabei ein Mega Cissor für Steff, wie gefühlt, fast jeden Spieltag. Dann viktieren die mit dem Joy Scarf, ausnahmsweise mal, ähm, speziell defensives Shaymin gegen... Gute Frage, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich glaube gegen Latias, damit ich das Ding toxiken kann. Dann haben wir Crook dabei, mit dem Fokus-Sash, wegen Excadrill Matchup und Latias Matchup. Dann haben wir ein Skorcro dabei, Defog, ein bisschen Zeugs zu machen. Und ein Ambi Diffel, was... Ja, ich habe es als ganz in Ordnung angesehen, weil folgende Problematik in meinem Kopf war. Da ist ein Panferno im Gegnerteam, was Aua Aua macht mit meinem Team. Also legit, wenn das Ding ein Nasty Plot wäre, Hut ab. Ähm, und naja, wie wir sehen, da ist kein Panferno. Dafür ein Goofer. Womit ich jetzt nicht so ganz gerechnet habe. Auch das Blitzer war mal ein bisschen suspekt. Habe ich jetzt nicht unbedingt gesehen im Teambuilding, aber gut, wenn er das dabei haben möchte, gut. So, ähm, ja. Was war noch? Ach ja, das Manibus ist ein Heiden-Problem, weil Manectric... Wir haben zwar Manectric im Team, aber Manectric ist so schlecht, ohne Witz. Also, das ist allgemein nicht das Beste, weil... Also, es ist schon cool, dagegen kann man nicht sagen. Aber gegen ihn ist es jetzt nicht das Geilste, weil... Manibus ist ein Problem, dagegen kann ich nichts sagen. Und mein bestes Out wäre halt wirklich Manectric. Aber dadurch, dass da sowas wie ein Blitzer und ein Latias im Gegnerteam ist, ist das nicht ganz so genial. Ja, außerdem müsste ich... Ich habe mich Scarf gemacht, damit ich, keine Ahnung, Signal Beam auf das Latias drücken kann. Also, ich hätte Scarf gespielt, habe mich dann doch dagegen entschieden. Habe mich für Scissor und Crook entschieden. Ähm, ich meine, Gliscor und Crook. So rum. So, ich würde sagen, bevor wir jetzt hier uns wieder verlieren, fangen wir an. Ich habe mich dafür entschieden, mit meinem Mega Scissor zu leaden, weil ich dachte, nee, dem Latias-Lead möchte ich Cray nicht unbedingt geben. Und wir sehen, ich bekomme sogar den richtigen Lead. Und ich dachte mir, ja gut, mit einer U-Turn habe ich nichts zu verlieren. Das Ding wird keine HP-Fire beherbergen. Und selbst wenn, das würde mich, glaube ich, nicht mal killen. Von daher ist das in Ordnung. Deshalb gehe ich jetzt in meinen Scorcro, um direkt mein Toxic-Opt zu proggen. Und um das Ding zu toxiken. Und er bleibt auch drin. Wir kriegen das Toxic drauf. Und ich war so erleichtert. Er drückt hier U-Turn. Weil, gute Frage. So, jetzt kommt hier dieses Mega-Latias rein. Und ich dachte mir so, hm, wir haben jetzt ein Problem. Ich habe erst überlegt, ob ich einfach drin bleibe und Dinges drücke und Toxic. Aber, naja, er drückt hier Ice Beam. Und da dachte ich, okay, er hat Ice Beam. Warum spielt der Junge kein Surf? Er spielt auf jeden Fall Ice Beam. Und ich dachte mir so, oh, na gut, das könnte jetzt vielleicht ein Problem werden, weil damit habe ich im Team-Build jetzt nicht unbedingt gerechnet. Aber, dadurch, dass er wahrscheinlich Psychic spielt, als er eine zweite Attacke, dachte ich, gut, dann ist Cissor eigentlich so immer der Switch-Switch-Switch-Switch-In. Hier habe ich nochmal getoxikt, weil ich dachte, ja, also mein Cissor-Set kann nicht viel dagegen machen, ja. U-Turn macht in dem Fall nicht unbedingt den Sinn. Hier kommt Mega-Latias und ich dachte mir so, der hat gesehen, dass ich ein Cissor gehe. Der geht ja nicht nochmal auf Ice Beam, aber er geht ja auf Ice Beam. Und mein Kopf so, scheiße. Geil, ich dachte mir so, perfekt, mein bestes Mann, wirklich mein bestes Mann mit gegen ihn. Runde sieben gesackt. Da dachte ich mir so, oh, nein, warum habe ich das getan? Naja, auf jeden Fall kommen wir jetzt hier auch wieder das Reihergeier rein. Ich dachte mir, Victini, Victini ist eine ziemlich gute Wahl, auch weil ich einfach jetzt mal U-Turn drücken kann. Und ich habe damit nichts zu verlieren müssen. Hier kommt auch die U-Turn. Und ich habe mich jetzt hier an der Stelle für meinen Schämen entschieden, genauso. Und ich dachte mir, okay, wenn ich jetzt Toxic drücke, habe ich nichts zu verlieren. Wir spielen beide bei Leftovers, weil es cool ist. Und wir sehen, es ist cool, dass das Mega-Latias hier reinkommt. Denn so kriegen wir einen Toxic auf das. Und ab dem Zeitpunkt war ich auch glücklich, weil, boah, zum Glück kann er jetzt nicht einfach Call-Mind ohne Probleme spammen. Ich habe mich jetzt hier für einen Double auf mein Ding entschieden. Er geht auf seine Reihergeier, habe ich jetzt indirekt gesehen. Er drücke Roost und ich verstehe nicht ganz warum, weil ich drücke halt Bug Bite. Also ich habe U-Turn plus Bug Bite drauf übrigens, weil, ist eine gute Frage, warum habe ich das nochmal gespielt? Ach genau, weil ich einen besseren Damage-Quellen-Move haben wollte. Wäre ich hier einfach auf den Bug Bite gegangen, hätte ich wahrscheinlich einen Kill. Aber ich dachte mir, das ist nicht unbedingt zu wirf, dadurch, dass das halt, also dadurch, dass ich halt ultra downgechippt werde. Und das ist halt nicht so geil. So, jetzt bin ich trotzdem wieder bei 60% aufgrund des Foul Plays plus Dingens Damage. Ich drücke jetzt hier U-Turn und kriege einen Kill. Und wir kriegen auch den Kill und der Crit hat nicht gemattert, möchte ich vorhin herab sagen, weil wir sind Element und deshalb, auch wenn der Füßdorf komplett Füßdorf wäre. So, jetzt kommt hier das Goofre rein. Ich dachte mir so, okay, was will das Goofre machen? Ich drücke jetzt den Roost, weil das Ding kann nichts. Es drückt's ab. Aber, toll, ich sehe irgendwie den Grund nicht, warum ich drücke Bug Bite und das Ding ist weg. Ich glaube, er hat halt einfach im Teambuilding gesehen oder gedacht, okay, er spielt nur U-Turn. Und wenn ich nur U-Turn spiele, ist das halt cool. So, er geht hier auf War Switch. Ich bin hier einfach mal drin geblieben und habe Bug Bite gedrückt. Oder habe ich bloß gedrückt? Ich habe, glaube ich, Bug Bite. Ja, ich habe mal Bug Bite gedrückt. Und wir sehen, wir machen den Ding keinen Schaden. Wir haben leider kein SD und das würde uns auch nicht so viel bringen. Ich drücke nochmal Bug Bite, um zu sehen, was er macht. Er drückt Recover und dann dachte ich, oh, das Match-Up ist blöd. Also, dadurch, er spielt wahrscheinlich eh Unwarrer, ja. Sonst, es macht sonst keinen Sinn für mich, warum er es gegen Sizzle reinholt. Von daher dachte ich, ja, nee, komm, wir gehen einfach sofort draußen schämen. Drück die in Substitute und ich dachte mir so, ja, das ist nicht so schlimm. Ich drücke einfach Seed Flare und breche den Sub wieder. Der Crit hat überhaupt nicht gemeldet. Mir fällt das jetzt auf, dass das ein Crit war. Ja, er geht hier raus in seinen Megalatars und, boah, wie gerne hätte ich jetzt hier die, ähm, Dingens gehabt, die, ihr wisst schon, die, 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 die Leech Seeds. Ich hätte sie so gerne gedrückt, aber na gut. Ähm, so. Also, er entscheidet sich jetzt, ich hab mich jetzt dafür entschieden, wieder mein Sizzle zu gehen und U-Turn zu drücken und dadurch, dass das teilt ist, ist das natürlich geil. Ich krieg mal Rocks rein. Also, er kriegt wahrscheinlich auch seine Rocks, aber die jucken mich nicht so hart, wenn ich ehrlich bin. Sie sind natürlich da und nervig, aber, ganz ehrlich, ich find die auf seiner Seite irgendwie besser, weil Megalatars bekommt Chip und so. Und ich bekomme halt sowas wie Gu, also sowas wie Sizzle und so, bekomme ich halt immer rein. Ich hab mich jetzt hier für EQ entschieden. Wir sehen, wir machen in dem gar kein Damage. Ich dachte mir, okay, ich drücke jetzt hier trotzdem Knock-Off, auch wenn es nicht killt. Also, es kann nicht killen ab der Stelle. Ich möchte aber die Leftovers von dem Ding runter haben. Leftovers heißt die, ja, Leftovers, ja, Überreste. Ich möchte die da von runter haben. Von daher entscheide ich mich jetzt hier auch wieder in mein Shaman, weil Shaman ist halt mein bester Switch in der Reihen. Und dadurch, dass auch Rocks liegen, wird Megalatars mehr gepressured, was ich ziemlich gut finde. Ich hab mich jetzt hier, glaub ich, einfach für den Seed Flair entschieden. Und wir sehen, wir machen keinen Schaden. Wir kommen nicht die Drops. 50% zum 50%. Ne, 30%. Das sind ja nur 30%, oder? Irgendwie sowas. Aber im Wack, ich jetzt hier mein Megasensor. Dann drückt der Recover. Aber, weil ich mich hab, ich frag mich die ganze Zeit, warum du kannst das Ding eigentlich Recover und Ruth, so. Also, beide machen ja im Endeffekt das Gleiche. Auch, weil es keinen Flugtypus hat. Ist ja nicht so richtig, so. Ich hab mich jetzt einfach für Bugbeide entschieden. Und, ja, wir sind wieder bei dem Matchup von Megasensor und Goofa, wo sich beide nichts können. Also, es können sich beide leiten, legit nichts. Und daher entscheide ich mich, wieder rauszugehen auf mein Shaman. Und die Problematik ist, ich hätte jetzt echt, echt, echt gerne dieses, die Leech Seeds gehabt. Ich muss hier auf den Seed Flair gehen, um halt den Sub zu brechen. Ich hab nur, ich glaub, ich hab sogar die Leech Seeds entsetzt. Kann das sein? Keine Ahnung. Und dann geht er auf sein Latias, auf sein Megalatias. Und ich dachte mir, okay, schön für das Megalatias. So, ich mein, ich kann definitiv ein Ice Beam tanken. Hab ich, was hab ich hier gedrückt? Ich hab hier, glaub ich, einfach Seed Flair. Ja, genau. Wir haben hier leider gemisst. Ist nicht so schlimm, im Endeffekt. Der Seed Flair hat 85%, das ist zumal. Passt. So, ich geh mir auf mein Sensor. Und, ja, der Ice Beam, der macht halt 13%, also gar nichts. Aber die Problematik ist, jetzt haben wir wieder dieses, jetzt kommt gleich wieder Goofa rein, also Piyoko Mucco. Und wir standen uns wieder an. Wir standen uns wieder an. Ich dachte so, ja, Juton ist an der Stelle der bessere Play. Ich hab mich jetzt hier für Ambipom entschieden. Und dachte mir, hm, geh ich jetzt einfach mal auf. Ich hab erst überlegt, ob ich einfach Tail Slap drücke. Hab mich dann doch aber für den Fake Out entschieden, weil der Tail Slap ein Roll ist. Und wir machen dem Ding halt legit Null Damage. Ähm, ja, ist halt Gigalift, ist halt ein Ambipom. Entdrücke jetzt hier Juton, um wieder Momentum zu erhalten. Geht's in mein Mega Sensor. Weil ich denke, ja, gut, ich tank alles und kann mich roosten. Und er zeigt uns hier den Curse. Und dann dachte ich, oh, ja. Also, der Curse könnte böse werden. Und wir sehen, ich dachte mir so, okay, aber er ist noch ziemlich lau. Aber er hat die Bäre. Und dann dachte ich mir, ach, so. Und jetzt kommt hier der Rock Blast. Und er hittet nur zweimal. Das können wir uns glücklich schätzen. Wir können jetzt hier also hoch roosten. Während er jetzt, glaube ich, äh, ne, er drückt Ride the Rock Blast. Okay. Ich hätte jetzt an der Stelle er Curse gedrückt. Aber gut. So, auf jeden Fall ist jetzt dieses Ding da. Ich mach mal kurz ein bisschen schneller. Wir drücken hier. Also ich hab mich für den BP entschieden, weil ich damit halt den meisten Schaden machen kann. Und das Ding hat keine Recovery, keine offensichtliche. Deshalb drück ich hier weiter Bullet Punch. Und wir sehen, wir machen hier den Ding auch ziemlich guten Schaden sogar. Und wir sind jetzt hier auch ziemlich lau. Ich hab mich jetzt hier nochmal für Roost entschieden. Er drückt hier nochmal Rock Blast. Das ist ja eine beste Attacke. Und, naja. Macht nicht so viel Schaden. Ich hab mich jetzt hier gegen Roost entschieden. Nochmal für den Bullet Punch. Und er weckt den Piyokomoko rein. Und damit kriege ich einen Kill. Ich hab mich ganz verstanden, warum er rausgewechselt ist. Ich glaube, er wollte einfach das Ding nochmal haben. Den Tunsturm. Naja. Auf jeden Fall gehe ich jetzt hier auf meinen Jamin. Weil das Blitzer kann mir halt nichts. Also es hat auch kein Life Operator, so wie wir gesehen haben. Jetzt kommt hier die Hidden Power. Ich drück Seed Flair. Die macht ziemlich guten Damage. Ich dachte irgendwie im Kampf, dass er plus ein Special Defense ist. Das ist aber nicht. Naja. Auf jeden Fall geht jetzt hier raus. Ich gebe den seinen Mega Latias. Und ich dachte mir, ich drücke hier einfach weiter Seed Flair. Wir müssen nochmal an der Stelle. Die 12% sind geschenkt, sage ich jetzt mal. Ich gehe mal in Sissor. Weil das Ding kann halt nur Psyche plus Ice Beam, wie wir es sehen können. Und naja. Ich habe mich jetzt hier für BP entschieden. Wir kritten sogar. Und jetzt traden wir sozusagen Mega Sissor für Mega Latias. Und ja, der Crit hat wahrscheinlich ein bisschen gemeldet. Ich habe mich jetzt hier für meinen Ambipom entschieden. Weil es einfach das Beste ist. Er geht nochmal raus. Geht jetzt hier in sein Broccoloss. Ich habe mich glaube ich für Fake Out entschieden. Ja. Ich habe hier Fake Out gedrückt. Und dachte mir, okay. U-Turn ist definitiv nicht der Play. Weil ich kann den zahlen. Das Ding kommt nicht mehr auf Rocks rein. Rocks. Rocks. Das Ding kommt nicht mehr auf die Rocks rein. Deshalb gehe ich in meinen Crook. Und Crook hat Intimidate. Und das Ding macht mir keinen Schaden mehr. Deshalb gehe ich jetzt hier auch auf die Rocks. Weil ich secke hier praktisch meinen Crook an dem Teil. Dann geht jetzt raus und sein Excam. Ich habe nochmal Rocks gedrückt. Und dachte mir, okay. Jetzt secke ich einfach hier meinen Shaman an der Stelle. Ist kein Problem. Und drücke die Iron Head. Und damit ist Shaman weg. Wir sehen, er hat den Live Orb. Deshalb kann ich den Crook gehen. Weil wir sind sicher schneller. Und ich kann jetzt hier einfach EQ drücken an der Stelle. Er geht auf sein Ding ins raus. Was gut ist. Crook kriegt so einen Kill. Er geht jetzt nochmal auf Blitze. Und ich dachte so, ja gut. Ich gehe Amby Pom. Secke das hier an der Stelle. Er drückt hier hinten Power. Dachte mir, okay. Ich gehe auf Fake Out. Aber er wechselt sogar nochmal raus. Und ja. Jetzt kriegt das Ding halt Fake Out. Plus einen Low Kick ins Gesicht. Das heißt, das ist nochmal gut gechippt. Im Endeffekt haben wir das Amby Pom doch gesackt. Aber. Mein Crook ist schneller als das Teil. Und Blitzer verreckt an den Rocks. Und deshalb kann ich sagen. Dass wir diesen Spieltag 2 zu 0 gewonnen haben. Yay. Nice. Ich weiß nicht warum. Aber diese Season läuft es irgendwie. Ich bin sehr, sehr glücklich über diesen Sieg. Der Kritt auf das Megalatius war ein bisschen unlucky. Weiß allerdings nicht, wie sehr der gemeldet hat. Weil ich wäre sonst einfach Victini gegangen. Und hätte Jujan gedrückt. Und also das Megalatius kommt halt auf nichts mehr rein. Weil es stirbt. An jeder Attacke. Deshalb weiß ich nicht. Wie sehr das dann gemeldet hätte. Und daher finde ich das nicht schlecht. Also was heißt nicht schlecht. Also ich finde es schön, dass wir gewonnen haben. Crook hat endlich mal was gemacht. Glisco habe ich wie eh und je einfach weggeworfen. Wie schon zweimal. Oder dreimal. Gegen Aris habe ich es komplett weggeworfen. Und gegen Belly auch. Ja. Zweimal weggeworfen. Jetzt ein drittes Mal. Ist nicht unbedingt mein Mon dieses Glisco. Aber Crook hat mal was gemacht. Ich bin glücklich darüber. Daher ist doch alles aufgegangen. Ich bin auch froh, dass uns das Manubus nicht so sehr auf die Ketten gegangen ist. Dass wir das früh aus dem Spiel rausnehmen konnten. Naja. Gut. Dann würde ich sagen. Victini hat auch nicht so viel Kits bis jetzt. In der Gesamttabelle. Nicht so schlimm. Ich würde sagen. Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns nächsten Sonntag gegen Barry wieder. Bis dahin. Noch einen schönen Tag. Tschüss.